Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal wieder aus dem Hotelzimmer. Ich bin gerade alleine im Hotelzimmer und ich wollte einfach nur einen kurzen Zwischenstand geben. Meine Nase ist am verheilen, ihr seht die Schwellungen sind ein bisschen runter gegangen. Hier meine Augen sind leicht gelblich geworden, aber das ist nur ein Zeichen der Wässerung. Morgen habe ich meinen letzten Arzttermin, da wird dieser Tampo gezogen und ich hoffe einfach bis dahin, dass die Blutung aufgehört hat. Man sieht jetzt schon, der Tampo ist schon voller Blut. Schaut mal. Meine Hoffnung ist, dass das alte Blut ist von vor ein paar Tagen und dass einfach kein frisches Blut mehr nachkommt. Ich spucke zwar immer noch ein bisschen Blut, aber das ist gar nichts im Vergleich zu vor zwei Tagen. Und das eigentliche Thema, worum es heute geht, ist Hakans OP. Ihr wisst ja, dass Hakan auch operiert werden wollte und zwar wollte er seine Augen lasern lassen. Und da ist er jetzt gerade eben zur Tür raus und zu seinem Arzttermin. Voll schade, dass ich nicht mit kann. Eigentlich haben wir es so geplant, dass eben meine Opie am Samstag ist, seine am Donnerstag, dass ich bis dahin vielleicht schon ein bisschen fit bin und die begleiten kann. Aber ich komme seit drei Tagen einfach nicht raus aus dem Bett. Deswegen wusste er jetzt leider, leider alleine geht es da nicht so geplant. Es tut mir jetzt auch so leid für ihn, dass er da jetzt alleine durch muss. Aber seine OP soll ja nicht so lange dauern. Wenn er da ist, zeige ich ihn euch auf jeden Fall. Ich wollte schon meine Haare waschen, aber ich schaffe es einfach nicht. Meine Haare sind so eklig noch von der OP, von diesem Zeug. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das hatte ich in den Haaren. Und ich habe es einfach immer noch nicht geschafft, meine Haare zu waschen. Aber ich glaube, morgen gehe ich zum Friseur und lasse mir die Haare einfach waschen, weil ich heize nicht mehr aus. Ja, nachdem Hacker von der OP zurückkommt, darf er auch nichts machen. Er muss dann auch liegen. Einen Tag lang muss er die Augen zuhalten bzw. den ganzen Tag lang eben dann bis morgen. Also, das wird echt witzig. Das wird jetzt die zweite OP in unserem Urlaub. Ich hatte mir das Ganze ein bisschen chilliger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin und nicht so schlimm. Aber ich hoffe, es wird jetzt mit der Zeit besser. Heute ist Donnerstag. Wir fliegen am Sonntag. Meine einzige Hoffnung ist einfach, dass wir den Flug wahrnehmen können und nicht aufgrund irgendwelcher Komplikationen den Flug irgendwie verschieben müssen. Naja, ich bin jetzt gerade im Bett. Schau hier unsere Serie an, weil im Fernsehen einfach gar nichts läuft. Hier immer bereit habe ich eine Wasserflasche mit einem Strohhalm, Eis zum Kühlen. Labello ganz wichtig, weil ich ja nur durch den Mund atme, dadurch meine Lippen total austrocknen und ein Tempo. Wie gesagt, ich melde mich einfach wieder, wenn der Hacker da ist. Bis später. So meine Lieben, eigentlich wollte ich auf den Hacker warten, aber er ist immer noch nicht da. Ich habe so Hunger und Schmerz. Und bevor ich meine Schmerzmittel nehmen darf, muss ich immer was essen. Also das darf man nicht auf leeren Magen nehmen. Deswegen habe ich mir jetzt vom Zimmerservice was bestellt. Haut rein. Tada! Was anderes kann ich leider nicht essen. Ich habe die letzten Tage nur Suppe gegessen, aber ich habe echt die Schnauze voll. Deswegen dachte ich mir, ich versuche es mal mit Nudeln. Die sind ja auch weich. Das dürfte auch passen. Leute, Hacker ist jetzt auch zurück. Ich habe meine Augen fertig aufhört. Wenn ich meine Augen aufhört, dann tut das richtig weh. Alter, das war gerade so heftig. Ich habe richtig gespürt, wie sie vorher irgendwas mit meiner Hornhaut gemacht hat. Das tut nicht weh, aber... Unangenehm. Das ist so richtig unangenehm, Mann. Die hat irgendetwas in mein Auge reingesetzt. Mein Auge ist gar nicht mehr zugegangen, Alter. Da muss ich die ganze Zeit in so ein Licht reinschauen. Mein Auge hat getrennt, Alter. Soll ich das andere auch zumachen, Frau Hak? Nein, passt schon. Du musst mir veraugentropfen geben. Ich kann mir so niemals auge tropfen geben. Ja, ich mache schon. Boah, das entspannt die Augen richtig. Aber ich kann es trotzdem nicht durchgehend auflassen. Das müssen wir jetzt kurz hinlegen. Leute, seht ihr, was für ein Zustand wir sind? Wir sind beide einfach nur am Arsch. Jetzt muss ich den Haarköpfen haben, weil er seine Augen nicht aufkriegt. Boah, das brennt gerade so krass. Jetzt ist es nicht mehr witzig, Alter. Wir hätten uns noch jemand mitnehmen sollen, der auf uns auffasst hier. Alter, das brennt gerade so schlimm. Das tut gerade richtig weh. Du kannst nicht aufmachen, Alter. Also ich will gar nicht. Das brennt so krass, Alter. Hoffentlich vergeht das jetzt dann. Ich soll mir auch noch Augen drauf geben. In zwei Stunden kriege ich meine Augen nicht auf. Ja, das legt sich schwer. Die drücken die ganze Zeit zu. Kennst du das Gefühl, wenn es so brennt? Mhm. So Leute, dann melde ich mich wieder zurück. Es ist 9 Uhr. Und wir haben mir gerade einen Cancel halt gegeben. Wir müssen im Dunkeln essen, weil Hakan nicht im Licht sitzen darf. Ich darf schon, aber es ist überanstrengend so krass meine Augen. Ich schaue gerade durch so einen kleinen Schlitz, glaubt es mir. Siehst du überhaupt, was du isst? Ja, ich kann ja nichts Falsches essen. Die werden mir wohl kein Papier sehen. Also guten Appetit. So Leute, guten Morgen. Ich melde mich wieder zurück von euch. Da hinten klingelt der Wecker, da hinten läuft der Fernseher, hier läuft alles. Hör mal. Ilka und ich haben jetzt so einen kleinen Sehtest gemacht. Und ich muss sagen, meine Augen sind jetzt schon voll gut geworden. Und diese Brille, also das ist jetzt keine Brille mit Stärke oder so. Das ist eine ganz normale Schutzbrille. Ich muss sagen, ich kann jetzt voll vieles ohne Brille einfach nur lesen. Wir machen jetzt so kleine kurze Tests mit der Ilka. Wo bist du? Hier. Ilka, kannst du das lesen? Warte mal. Da steht doch, Eiergüste Buffet, ein, zwei, drei, das vierte Fenster. Lese es nicht vor. Kannst du es lesen? Ja. Ja. Da steht Dichekime? Ja. Irgendwas? Gürdyll. Sabata. Ja. Hä? Sabata. Sabata. 542, 535, 535, 535. Ich muss sagen, Leute, die wo blind oder im Nachhinein blind werden, die tun mir echt leid. Gott soll so vor so etwas echt jeden beschützen. Das war so ein bedrückendes Gefühl. Ich wollte unbedingt meine Augen aufmachen, aber ich konnte nicht. Zusätzlich hatte ich noch Schmerzen, gebrannt hat es wie die Sau und das Ganze über vier Stunden lang. Schlafen konnte ich natürlich auch nicht. Also, boah, totes Gefühl ohne Witz. Lieber habe ich Schmerzen, sehe was und kann dann irgendwie eine Tablette einnehmen und es vergeht oder so. Ist tausendmal besser wie so. Aber es hat sich definitiv gelohnt, muss ich schon sagen. Wenn wir zu der OP kommen sollten, gestern die OP an sich war irgendwie voll komisch. Ich hätte nie, also ich habe es zwar gewusst, aber wie kann die Medizin nur so weit entwickelt sein? Und das Ganze haben sie hier schon vor 20 Jahren gemacht. Zwar in Deutschland jetzt auch, ja, aber die OP an sich war in zwei Schritten. Die haben jetzt erst, also erst so Berührungstabletten. Dann haben sie mir irgendwie so Tropfen, glaube ich, dass meine Augen ein bisschen betäubt sind. Dann in zwei Etappen. Eine Etappe war, da ist so ein Gerät voll mit Druck schwarz gegen mein Auge gefahren. Hat irgendetwas gemacht, irgendetwas eingestellt, dann wieder weg. Dann hast du mal so kurz nichts gesehen. Und die zweite Etappe war dann, die haben dann mein Auge irgendwie so festgeklebt. Alter, ich kann es euch gar nicht beschreiben, das war wie in einem Universum-Film so. Als ob ich so wirklich unter Drogeneinfluss war. Das ging so über meine Augen. Die haben irgendetwas so über mein Auge komplett geklebt. Also die haben komplett erstmal zu. Dann haben sie meine Augen aufgemacht. Haben mein Augenlider, haben mein Augenlid hochgeklebt. Dann haben sie irgend so einen Ring, glaube ich, in mein Auge gesetzt. So hat sich zumindest angefühlt, dass ich ja nicht mehr blinzeln kann. Irgendwie so. Dann ist die mit irgend so einem Ding, irgend so einem Gerät über mein Gesicht gefangen. Und das war wie so ein Sternenhimmel voll viele. So wie das Universum einfach. Und dann sind da so Lichter angegangen. Außenrum war alles rot, innen drin war ein grünes Licht. Und du musstest, also ich musste immer das grüne Licht irgendwie verfolgen. Aber das war so anstrengend. Während ich das grüne Licht verfolgt habe, die hat wortwörtlich auf meiner Hornhaut umeinander operiert. Ich habe das Rest mal gespürt. Also es hat nicht weh getan oder so. Aber ich habe richtig gespürt. Wie soll man so sagen? Gestern habe ich das zu Jörg auch gesagt. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Aber ich habe zum ersten Mal gespürt, dass ich ein Augapfel habe. Weil normalerweise spürt man das nämlich nicht so, oder? Das ist ganz normal. Du siehst halt etwas Augen zu, Augen auf. Aber die hat wirklich auf meine Hornhaut irgendwie aufgeschnitten. Und danach wieder zugemacht. Und danach hat sie mein Auge so mit einem Tuch abgeputzt. Und das war's. Dann hat sie wieder den Ring rausgeholt. Zack. Augen zugemacht. So. Warte draufgelegt. Also unbeschreiblich. Ich weiß nicht. So meine Lieben. Das war's jetzt mit dem kurzen Video. Beziehungsweise dem kurzen Statement zu meiner Augen-OP. Alle, die in Deutschland unsere Videos anschauen, Brillenträger sind. Ich kann's echt nur weiterempfehlen. Und das Ganze war echt für einen unschlagbaren Preis. Das waren, also ich kann's euch verraten, 1.200 Euro, was es gekostet hat. In Deutschland wollte die Ärztin von mir pro Auge 3.000. Also insgesamt 6.000. Und ich meine, die machen das nicht auch viel besser. Wie gesagt, ich glaube in der Türkei ist das auch schon viel, viel weiterentwickelter. Und wie gesagt, Top-Leistung. Ich hocke schon die ganze Zeit hier drüben am Fenster und begutachte die Leute, die Schriften. Und ich kann echt alles top lesen. Jetzt schon. Jetzt heißt es für mich, in circa einer Stunde habe ich jetzt nochmal eine Kontrolle. Und dann würde ich sagen, Glückwunsch für meine neuen Augen. Und beende hiermit das Video. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Das kurze Video, unser Statement. Ihr lasst uns ein paar Daumen da, da ist die IK da hinten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.